Am Osttour von Moria ruhen die reisige Pferden aus. Ihre Hoffnungen sind verflogen. Alles gute, Gandalf. Gibt es noch Hoffnung ohne dich? Frodo richtet sich zu den Anwalt. Dann müssen wir nun ohne Hoffnung weitermachen. Kommt! Es liegt noch ein langer Weg vor uns. Und es gibt noch viel zu tun. Im Osten stoppte die Bergkette plötzlich und sie konnten fernende Länder sehen. Wie weit war unruhig. Die Ringe Pferden standen auf und sahen sich an. Im Morgen endete das Tal in einer Schlucht der Schatten zwischen den riesigen Bergenkämmern. Über die drei weißen Spitzen glänzten. Zu Beginn der Schlucht floss ein Windmach wie reise Schaum über eine endlose Treppe von Wasserfällen. und ründete in einer Nebeldenke am Fusen der Bergkette. Weniger als eine Reihe von ihnen entfernt, erstreckte sich unter ihnen ein wunderbarer Sieg. Das Wasser hatte eine liebte neue Facke, wie in der Abend hierüber. Komm mit mir, Frodo, riefen ihm die Götzwerge. Lass uns hier reinschauen, bevor wir weitergehen. Im Beißen sich nach vorne beugt über das dunkle Wasser, konnten sie zuerst nichts sehen, aber ein wenig konnten sie erkennen, dass der Gipfel im tiefen Blau reflektiert wurde. Aber hier schrieb den Bildkampen des Triebens. Völlig verschreckt, selbst in sie auch gegen den Ort. Und hier schrieb den Bildkampen des Triebens. Und hier schrieb den Bildkampen des Triebens. und die Schatten im Wald vor den Längern. Während sie weitergingen, wurde es Nacht unter den Bäumen. Und die Elfen entzündeten in ihrer silbernen Lampe. Einer der Elfenwächter ließ einen klaren Ton auf einem kleinen Horn, der von ganz, ganz oben, heim und heim beantwortet wurde. Und hier schrieb den Bildkampen des Triebens. Tief im Wald begrüßt er eine musikalische Stimme der im Gefährt. Willkommen! Ich bin der lange König in Wotlochbrühe. Der Verlust vom Landeuf ist eine schlechte Nachricht. Wir kommen mit euch und mit ganz Wettbewerden. Aber mein Ziel ist mir bekannt und keine Sorge. In dieser Nacht werdet ihr in Ruhe geschlafen. Es ist ein Lied über Gandalf, Bruder, mein Herr. Ja, Sam, antwortete Fruder. Mir war die erste Name, die gehe ich von Gandalf kam. Es bedeutet grauer Lied. Wir wussten so wenig von ihm in so einer Frau an und schon gar nicht, dass er so viele Namen hatte. Ich glaube, er trug am liebsten den Namen Gandalf, sagte Fruder. Und das ist der Nummer 14, der auch macht noch ouren. Der auch in Galaten, pfrodoch, vor uns zu sehen. Das ist der Schwierge, der klar, der die Zeit der Zeit ist. Was ist und was möglicherweise noch kommen kann? Was ist und was möglicherweise noch kommen? In der nebel verhangenen Vision des Spiegels kann Floro viel erkennen, den Verlust der Reisegefährten, die Rückkehr von Gandalf als Gandalf der Weise und ein Auge ohne Augenblüter in Flammen gehüllt, das den Ring sucht. Gandalfs Aufgabe aber liegt woanders und Floro muss seine Reise fortsetzen, aber nicht allein. Denn in den Schatten verborgen, stets auf der Nauer immer wartend, er, der einst im Besitz des Rings war, muss ihn wiederhaben. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.